Nun wollt ihr euch mal die anderen Zahnräder vorstellen, und zwar für Lochplatten. Das heißt, ich habe Dübel, ich habe Zahnräder und die kann ich dann dementsprechend gucken und schauen, wo was passt. Die kann ich dann dementsprechend so einstöpseln hier die Dübel. Ich kann gucken, wo was genauer passen könnte. So. Und dementsprechend lest er sich auch spielen bzw. bewegen. Meine Dübel sind alle ein bisschen zu weit entfernt, nehme ich ein größeres. Das ist knapp. Nehme ich noch ein größeres. Das ist gut. Ja, und so lässt sich das hier bewegen. Und man kann schon ein bisschen was sehen. Okay. So, das waren diese schmalen Zahnräder auf einer Lochwand. Die Lochwände habe ich in zwei Arten, quadratisch und rombenförmig aufgebohrt. Wir sind eine nachvollziehbar mit einem Schlappelstern. Jön, auch mit dem Schlapplenz. Wie soll, was wir in zwei St. H neurobeschicken? Jetzt bin ich noch mal vor.